Ich habe Angst, dass die Stränder wieder auseinanderfragen werden. Fühlst du überhaupt? Ja, dann fang! Soll ich zu pieren? Ich geh auch. Erst noch aufgezwungen, damit es nicht überlappt. Ja fang jetzt an! Ich trage gleich durch, ich halte sie schon aus. Warte schnell! Nein, wirklich nicht. Jetzt muss ich noch was machen. Verstehen Sie Spaß? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo ihr Lieben! Das ist doch voll leid nochmal. Schau mich nicht an. Schau dich nicht einmal an! Jetzt bitte! Jetzt bitte! Ich wollte gerade anfangen, dann hast du bitte gesagt. Ich kann mich nicht konzentrieren! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kann mich nicht konzentrieren! Oh mein Gott! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bitte! Bitte! Wann versuch ich bitte noch? Und wenn es da nicht klappt, dann geh wir nicht rauchern. Ich bleibe ja schon. Oh mein Gott! 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 Nein! Bitte! Bitte! Nein! Nein! Hier geht jetzt bitte her! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zusammen mit Max hinter der Kamera. Der aber jetzt leider gegangen ist. Ich hab kurz Zigaretten hier drüber. Ja. Max ist hinter der Kamera und er wird mir jetzt gleich Fragen vorlesen. Und zwar ziemlich unnütze Fragen, sinnlose Fragen, auf die ich einfach sehr schnell reagieren muss und kurz und knapp antworten muss. Wie ist dein vollständiger Name? Verena. Vollständig. Verena. Vollständig. Maria. Wie spät bist du? Maria Magdalena. Wie spät bist du? Vier... Fünfzehn Uhr... Siebzehn? Welche Farbe hat das Telefon in deinem Zimmer? Rosegall. Oder Pink glaube ich sogar. Pink. Wie alt bist du? 27. Wie alt bist du? Feeling like 21. Wie alt willst du mal werden? Looking like 18. Wie alt willst du mal werden? Today I'm looking like 16. Wie alt bist du mal werden? Sixteen. Dreht deinen Kopf um 50 Grad nach oben und um 30 Grad nach rechts. Was siehst du? Es ist eine weiße Teck. Welche Blumen machst du am liebsten? Rosen... Hast du Haustiere? Yes. Hast du Geschwister? Yes. Welche Haarfarbe hast du? Schwarzweiß? Welches Lied ist dein absolutes Lieblingslied? Ja, gibt's mehrere. Keine Beantwortung. Rauchst du? No. Hast du schon mal geraucht? Ja. Also nicht. Nein. Nur auf Partys. Wie spät ist das jetzt? Fünfzehn Uhr neunzehn. Kennst du dein chinesisches Horoskop? Nein. Ist... Oder? Ich glaub... Ich hab das schon mal gewusst, aber... Glaubst du an Aliens? Nein. Was ist dein Lieblingsessen? Gut? Ich hab halt jetzt ein Korni gegessen. Korni. Lieblingsgetränk? SodaStream. 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 Späze und Zucker. Lieblingsbarbe? Schwert. Ich meine Schwert. Gehst du gerne shoppen? Ja. Wenn ja, wie lange brauchst du? Lang. Für immer. Wie alt bist du in Tagen gerechnet? Weiß doch, mir egal. Was ist denn, wie bringst du hier? Welches Alter hättest du gerne? Wie groß ist dein Zimmer, in Quadratmeter? 57. Was ist dein Lieblingsinstrument? Gitarre. Gitarre. Siehst du aus wie eine berührende Person? Hast du schon mal geklaut? Hallo. Ja. Aber unbewusst. Ich habe nur als Themequeen. Ja. Mit Snowman. Bist du lustig oder seltsam? Beides. Wie viele Arten sind insgesamt auf deinem Pullover? Viel. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Da gibt es doch auch mehr. Crop Pops. Trägst du eine Kette? Nein. Wie groß bist du in Millimeter? Ich kann kommen heute. Und ein 5.5cm? Ein Millimeter? Hat das? Ja, so 5.5cm. Feinlich. Ups, ich weiß nicht ob das stimmt. Bist du reich, mittel oder arm? Bist du schon mal geklaut? Mhm. Flugst du viel? Ja. Es geht. Welche Ferien hattest du am liebsten? Sommerferien? Sag deine Meinung. Oder warte mal, Sommerferien. Eigentlich ohne Ferien. Sag deine Meinung zu folgenden Wörtern. Teppich. Schaut schön aus, aber hat sehr viele Katzenhaare drauf. Bilderraum. pensieren? Komma, hernehmen. Waschbecken? Benutze ich jeden Tag. Trinkst du Alkohol? Eigentlich ja, aber ich habe keine Leben also nein. Willst du studieren? Nein. Also nein. Wie lang sind deine Haaren? Zentimeter? Vielleicht 30, 25, ich weiß nicht. Was sind deine Hobbys? YouTube. Und ich war noch nicht fertig, ich habe mehrere Hobbys. Musik hören, Freunde treffen, essen, Kettner. Das ist ein Freundschaftsbuch. Kannst du auf deinen Stiften herum? Nein. Spielst du anderen Leuten gerne streichen? Welche Eisworte machst du am liebsten? Schoko und Vanille. Gehst du oft auf Konzerte? Nein. Hast du einen Glücksbringer? Ja. Wie viele Kisten hast du in deinem Zimmer? Oh Gott. Zehn. Wie lange schlägst du durchschnittlich? Achte. Oder wie lange, wie viele Stunden oder bis wie lang? Also wenn man Stunden rechnet, dann vielleicht sieben Stunden im Durchschnitt. Und wenn man die Uhrzeit in der Früh rechnet, ich bin immer um acht wach. Acht, halb neun. Wo siehst du dich in 50 Jahren? Bei Katzen. Wer ist dein Lieblings-Komiker? Tabulant. Glaubst du an Gott? Jesus. Scheiße. Wie möchtest du sterben? Ich habe mich gerade in die Arme von Beryl the Maid vorgestellt. Wie gehst du mit Geld um? Was würdest du in eine Kontaktanzeige schreiben? Kennt man. Hast du gerade Spaß? Ich habe schon mehr Spaß geholt in deinem Leben. Kannst du lesen? Ja. Bravo oder Bild der Frau? Bild der Frau, gute Rezepte. Sonn auf oder Untergang? Beides. Rap oder Rock? Kennt man. Ein Wort mit W. Warum? Wie viel Uhr haben wir jetzt? 15.26 Uhr. Glaubst du an Wunder? Ja, weil mehr mehr ist ein Wunder. Magst du Kettenbriefe, die dir deine Mutter immer schickt? Das hast du aber selber zugefügt, oder? Gibtst du gerne Süßigkeiten? Ja. Magst du Graffiti? Ja. Telefonierst du gerne? Nein. Ja. Wie lange und mit wem? Mit meiner Mama. Mit meinem Papa. Lachst du oft? Scheiße. Dumme Fragen, nicht wahr? Mhm. Hast du eine Flat Rate? Ja. Fallen dir noch Fragen ein? Nein. Verstehst du was von Bio? Nein. Warst du schon mal in den USA? Nein. Was für ein Parfum hast du gerade drauf? Dolce & Gabbana. Sun. Light Blue. Hast du eine Homepage? Nein. Was ist ein Nickname? Verena. War kein Nickname. Welcher Tag ist dein Lieblingstag? Der, an dem ich frei habe. Hast du einen Garten? Nein. Hattest du ein früheres Leben? Ich weiß nicht. Ist dein Wintereinbruch strafbar? Mir doch egal. Wie freut es wirklich nicht mehr. Was sind das für blöde Fragen? Die werden doch immer dümmer. Kann man Tannen zapfen? Nein. Lebe ich um zu arbeiten oder arbeite ich um zu leben? Ich lebe um zu arbeiten. Gefühlt. Schauen andere auch im All-Fernsehen? Hör auf. Ich mag noch mal. Was ist denn das für? Sehen wir die Farben auch alle gleich oder nennen wir sie nur gleich? Hä? Verstehen Tiere Spaß? Ja. Mehr mehr ja. Manchmal nicht. Aber sie muss. Wann wird das tote Meer begraben? Mir doch egal. Warum bin ich ein Mensch und nicht ein Tier? Das brauchen wir manchmal. Warum bin ich ein Mensch? Mir egal. Warum bin ich ich und nicht jemand anderes? Warum bist du geboren? Warum bin ich so wie ich bin? Warum bin ich nicht dunkelhäutig? Warum gibt es Leben auf der Erde? Warum gibt es Tiere? Warum gibt es Tag und Nacht? Warum gibt es Pflanzen? Was ist eine Frage? Was wäre, wenn mein Vater meine Mutter wäre? Wenn eine Schildkröte ihren Panzer verliert? Ist sie dann obdachlos oder nackt? Kann ich jetzt endlich das Video machen? Wieso müssen wir arbeiten? Wieso müssen wir jetzt kurz zu? Das fragen wir ja jeden da. Wieso regnet es immer, wenn wir keinen Regenschirm dabei haben? Wieso haben wir immer keinen Regenschirm dabei, wenn es regnet? Wieso wird man schwarz vor den Augen, wenn ich die Augen zumache? Woher weiß ein Hund, dass eine Katze eine Katze ist? Weil es so beautiful ist. Das war's dann auch schon mit diesem Video, mit diesen sehr sinnlosen Fragen. Ich hoffe, obwohl es sinnlos war, dass es euch trotzdem gefallen hat. Na! Und dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Wir haben keine Enke. Na! Aber nur das ohne Zucker! Weil das andere mag ich lieber. Das war's! Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ihr unten groskt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.